So Leute willkommen auf meinem Kanal. Wir haben jetzt hier 22 Uhr. Heute mache ich ein Frage-Antwort-Video für euch. Habt ihr euch ja gewünscht auf Instagram. So, die eine Frage war von Sofian17. Was ist dein Ziel für YouTube? Mein Ziel ist einfach Leute zu unterhalten, sie zum Lachen bringen, einfach sehr gute Räume haben von meinen Videos. Dann hat Benjamin Krasnitsch, die Farbe sind deine Brüder. Meine Brüder sind Erststelle, meine Freundin Kerem, dann Benjamin, auf jeden Fall du, dann Enes, Adam, Momo, wenn noch, der kleine Bruder Mahmoud. Wir sind auch immer so Brüder, wo ich eng hab und noch paar andere halt. Aber sonst sehe ich alle aufzähl, es ist zuviel. Ich hab halt auf jeden Fall, kann man sagen, 10 echte Brüder, 10 Stück, echte Brüder, es reicht auch 10, 10, 1, so. Dann noch eine Frage von Benjamin Krasnitsch, mein Trommwagen. Mein Trommwagen wäre ein Lamborghini Arbitador. Ich finde einfach den geil, Ausdruck geil, Sound geil, ihr wisst. So, dann noch mal eine Frage von Benjamin Krasnitsch, Meinung zu mir. So wie ich dich kenne, direkt, zuverlässig, was immer ich brauche für mich da, bis jetzt. Also, alles gut. Dann, der nächste, David, offiziell. Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Es war so, ich mach halt gerne Videos, von zwei gemeinten, als ich klein bin. Da dachte ich mir so, warum du die Videos nur auf meinem PC spielst, weil dann nicht die Leute zeigen. Da dachte ich mir so, komm, mach auf YouTube, mach den Kanal. Egal wie du heißt, nimm einfach den echten Namen und haust raus. Dann, wie lange machst du YouTube? Offiziell, seit 2011, normalerweise. Könnt ihr auch mal bitte nachlesen, glaube ich 2011, vor vier Jahren. Ne, doch, 2011, irgendwie sowas. Hab ich gemacht, hab ich dann auch immer, halt angefangen aufgehört, aber jetzt halt jetzt ein Jahr, zwei Jahre ungefähr so, mach ich durch. Dann, nächste Frage, Moment. Wie viele Autos hast du und war, und das war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein Renault Clio, ein Gronto, so ein größerer. Ey, es waren Zeiten, ich hab nicht so gefahren, also ich bin gut gefahren, wie mich kennt, normal gefahren. Und, ähm, es waren schon geil Zeiten, ja, Mann. Es war vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren. So, äh, wie viele Autos ich habe. Ich hab also aktuell kein Auto, ich hab nur vor meiner Mutter ihr Auto, mein Vater hat ein Auto, mein Vater hat ein Autohaus. Kann man euch aussuchen, was man fährt, ne? Kann man aussuchen. Dann, feier deine Videos, abonniere mal, weiter so. Danke, dass du mich abonnierst, passt, und, ja, danke dir, Dawood. Dann, noch einer von Dawood. Kannst du mich mal grüßen, Bruder? Grüße gehen raus, und Dawood, offiziell, ich grüße dich. Dann, noch eins von Dawood. Wie alt bist du und woher kommst du? Ich bin aktuell 21, werde im September, am 4. September, 22, woher ich komme. Ich bin in Deutschland geboren, mein Vater kommt aus Algerien, ich bin Algerier. Ja. Dann, noch eins von Sehu. Denkst du, du kommst gut an bei Mädels mit deinem Auto? Ist immer so, vielleicht, aber mein Mädchen sind mir allgemein egal. Wie ihr vielleicht wisst, so, ich hab geheiratet vor jetzt zwei Jahren, na, ein Jahr, ein Jahr, verlobt, ein Jahr, geheiratet jetzt. Ich habe mich verheiratet, sondern, wenn ihr mich im Auto gefällt, dann gefällt es dir, aber mich bocken die Mädchen nicht so. Klar, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren, allgemein, oder so, teilen, keine Ahnung, ist nicht schlecht, aber ich meine, ich bin treu. Naja, ja. Dann, noch eins von Sehu, wie bist du auf die Idee, um Video zu machen, und wie ist es mit Hate, also YouTube machen, habe ich schon gesagt, mit Hate, ich halte vor Hate nicht viel, ich meine, das sind so Leute, die haten, ich schiebe später mal Deprise, weil die einfach selber nicht erreicht haben gelegen. Ich meine, ich kriege, für YouTube kriege ich Null Cent, weil ich habe halt kein, kein Ding gemacht, kein Grund auch gemacht, auf der Bank und so, ich mache Abitub umsonst für die Leute, auf die Lachen, einfach umsonst, weißt, also, ich gucke noch mal ein paar Klicks. Dann eins von Ben Dick Herbst, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Warum machst du Hashtags von den echten Marken, wenn du Fake trägst? Ist einfach so, ich mache einfach so, Hashtags, wenn du zu viel Gucci Auge fälscht, 40 Euro bezahlt, aber so, dass ich glaube nicht, weil, wenn du so Hashtags setzt, von Marken, schauen viel mehr Leute an deine Stories. Dann kommen auch natürlich Leute, die dich abonnieren. Dann kannst du heute mehr Abos. Dann wird noch eins von Sofjan17, ich habe auch einen YouTube-Kanal, schon mal vorbei. Ja, folgt dir mal, Fianzo, FianzoTV, folgt dir mal. Dann, was dann zieht, habe ich schon gesagt, Benny76, wie alt bist du und so altkommst, habe ich auch schon gesagt, Benny. Dann, als nächstes, welches Land willst du in deinem Leben noch sehen? Ich will mal gerne in Türkei gehen, würde ich gerade mit Türken, nach Türkei will ich mal gerne. Und noch, nach Albanien vielleicht, Kosovo, darunter. Nach, ähm, und noch, nach L.A. mal gerne. Dann Bali, ich habe schon mal eine Liste. Das war jetzt von Ahmed. Dann, TxMe, 2008, du Oshii, du Lauch. Dann, Unikat Ahmed wieder, welches Land willst du in deinem Leben noch sehen, habe ich gerade gesagt. So, noch was, Moment. Dann, Rashid.tv. So, ich feiere deine Videos, die sind sehr witzig und lasst alle mal ein Like da. Danke für den Support, lasst alle ein Like da. So, das war es jetzt. Wenn ihr auch Instagram mir folgen wollt, hier kommt Insights gleich, könnt ihr mir folgen. Und, das waren meine Fragen. Wenn ihr noch mehr solche Videos haben wollt, schreibt mir auf Instagram. Es gibt mir Vorschläge, was für Videos ich machen soll. Könnt ihr ja alles, wisst ihr wie es geht. Liken, Tomatien, teilen. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen, der Restwochenende. Und bis bald. Könnt ihr euch gerne mal alten Videos anschauen. Einfach auf Videos gehen, runterscrollen. Von daher, bis bald und auf Wiedersehen. Hier habt ihr jetzt meinen Instagram-Name. Könnt ihr mir auch folgen, verpasst ihr auch nichts. Wenn ihr bald folgt, habt ihr Jackpot gemacht. Dann ist es euch am besten. Meine Freunde, jetzt habt ihr hier noch schon meinen National Account. Könnt ihr, wenn ihr wollt, kurz Pause machen und mir da folgen, wenn ihr Lust habt. Dann verpasst ihr nichts. Dann verpasst ihr euch.